D wie DZI Spendensiegel. Wenn es um Spenden geht, will man gut informiert sein. Wem kann man trauen? Wo kommt Hilfe wirklich an? Das DZI Siegel ist ein Gütesiegel für seriöse Spendenorganisationen. Mit den anvertrauten Geldern wird sorgfältig und verantwortungsvoll umgegangen. Es wird sparsam gewirtschaftet und die Organisationen verfügen über Kontrollstrukturen. Es ist das wichtigste Vertrauenszeichen für die Geber. Das hat die Stiftung Warentest bestätigt.